Nummer 5. Kompakte Grundierung für eine hervorragende vollständige Abdeckung von Unvollkommenheiten. Dermatologisch getestet und für empfindliche Haut geeignet. Naturfarben, auch in anderen Farben erhältlich. Für ein frisches und ebenmäßiges Hautbild. Feuchtigkeitsspendend, leicht und aufhellend für die Haut. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Ultradeckende Kompakt Foundation für ein unfehlbares Ergebnis für bis zu 24 Stunden. Deckt wie eine flüssige Foundation und mattiert wie ein Puder. Haut und Unvollkommenheiten werden den ganzen Tag lang abgedeckt. Dieses Produkt verleiht ein natürliches, glanzloses Aussehen. Die Foundation ist hitze-, wasser- und schweißbeständig. Mit dem mitgelieferten Schwämmchen auftragen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Atmungsaktive Formel, um den Maskeneffekt zu vermeiden. Das Etui wird mit einem Spiegel geliefert, um die Foundation überall aufzutragen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Kompaktes Puder, Abdeckstift, Foundation. Korrigiert Hautunebenheiten. Die Textur des Mineralpuders deckt wie eine flüssige Foundation, ohne die Poren zu verstopfen. Ideal für alle Hauttypen, von normal bis Mischhaut, empfindlich oder intolerant. Ausgestattet mit einem ultraweichen Schwamm für die Anwendung. Hohe Toleranz. Frei von Konservierungsstoffen. Getestet an empfindlicher Haut. Ausgezeichneter Artikel. Den Link zu diesem Produkt finden Sie in der Beschreibung. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Diese kompakte Foundation bietet einen verstärkten Schutz vor den tief eindringenden Sonnenstrahlen, die für Hautschäden verantwortlich sind. Kompakte Textur, angereichert mit Mineralpigmenten für einen natürlichen Effekt. Perfekter 14 Stunden Halt, hypoallergene, wasserfeste Formel. Schutz 30 und Abdeckung von Unvollkommenheiten in einer einzigen Geste. Ausgezeichnetes Produkt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese fantastische kompakte Foundation. Es wird mit dem mitgelieferten Schwämmchen gleichmäßig auf das Gesicht aufgetragen. Sorgt für ein frisches und natürliches Ergebnis. Extremer Komfort den ganzen Tag lang. Das praktische Etui mit Spiegel und Schwammfach eignet sich hervorragend zum schnellen Auffrischen. Erhältlich in zwei Farbtönen. Enthält Vitamin E zum Schutz vor Schäden durch freie radikale und oxidative M-Stress. Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.